Wieder ein wunderschöner Tag, wobei man sich so langsam ein bisschen Regen herbeisselnt. Gestern hatten wir 36 Grad, das ist für unsere Gegend hier schon ungewöhnlich. Keine Wolke am Himmel, dafür der Mond. Ich hoffe, man sieht ihn da irgendwo. Ja, ich gehe jetzt ins Gewächshaus und hole mir eine Salatgurke. Hier ist langsam Dschungel, alles blüht schön und viele Tomaten hängen auch dran. Ich wackele auch immer ein bisschen, aber jetzt soll es ja um diese Gurke gehen. Schönes Exemplar, das ist die erste jetzt. Ich mache die mal weg, dass es noch weitere gibt. Und so bisher, dass es gut funktioniert. Die eine Gurke, die rechte, die wächst nicht so gut. Schönen Sommerregen gibt es bei mir jede Menge Wanderbeeren zu ernten. Die sind so süß, da können die Gekauften niemals mithalten. Ich mache die gute Nexten Ereignisse. Bis zum nächsten Mal.